Liebe Wähler, liebe parteiinterne Wähler von DieBasis und Wir2020, liebe Mitglieder dieser Parteien und weitere Zuschauer, bitte bewerben für Sendungen des neuen Markus Lanz des Internetfernsehens. Als Zuschauer in Online-Zoom-Talkshows, wo Sie dann auch sicherlich vom Moderator befragt werden, wie denn die Angebote der verschiedenen externen Reformer auf Sie wirken, sozusagen. 56 Prozent können die Basis und Wir2020 erwarten aufgrund einer simulierten Bundestagswahl. Wenn Sie viele der Reformen der nextscientistsforfuture.de vom Weltrat übernehmen würden, dann würden Ihre Stimmmöglichkeiten und Wählerstimmmöglichkeiten Richtung 56 Prozent klettern. Ja, dann jetzt dann hier unten rechts bitte schneller drehen, unten rechts hier, ja, da irgendwo muss so ein rundes Ding sein, bitte die Geschwindigkeit erhöhen. Ansonsten, liebe Wähler, Wählerinnen und Wähler heißt das natürlich immer, wir sind näher dran an Ihnen. Wenn wir die Gemeinwohlökonomie oder Ökonomie von Mankind oder andere Konzepte sehen, Postwachstumsökonomie, nie wird gemessen, wie es Ihnen wirklich geht. Ja, alle anderen Konzepte versuchen irgendetwas zu verbessern, aber nicht Ihr Wohlfühlen, Ihre Gesundheit, Ihre Langlebigkeit und Ihren Reichtum direkt. Ja, beim Reichtum, da mag das dann so den Anschein haben, denn zum Beispiel die Partei Die Linke oder auch Ökonomie von Mankind und so weiter versprechen Ihnen, als wenn Sie zum ärmeren Teil der Gesellschaft gehören, versprechen Ihnen doppelt so viel Geld wie bisher. Das würde bedeuten, mehr Geld, ja. Die Next Scientists for Future versprechen Ihnen auch mehr Geld, nur der Weg ist unterschiedlich. Bei Economy for Mankind kriegen Sie doppelt so viel Geld, das nicht erwirtschaftet wird durch neue Leistungsfähigkeiten, sondern einfach durch Umverteilung erzeugt wird. Also man nimmt das anderen weg, zum Beispiel Unternehmern oder eben Besserverdienenden nimmt man es weg und gibt es Ihnen als den Ärmeren der Gesellschaft. Das bedeutet aber nicht, dass das Geld erwirtschaftet ist, sondern die Frage ist doch dann nur, wie werden sich die, von denen das Geld weggenommen wird, dagegen wehren? Was werden die dagegen unternehmen? Werden die einfach Deutschland verlassen und werden die ihre Leistungsfähigkeit und ihre Gelder mitnehmen, sodass sie dann gar nicht mehr erreichbar sind und bleiben dann die Armen unter sich als armes Land zurück? Während bei den Next Scientists for Future wird das Geld erwirtschaftet. Wenn zum Beispiel nur noch 10% der bisherigen Menschen, die bisher krank wurden, krank werden und die anderen 90% leistungsfähig weiterarbeiten, dann entwirtschaften wir ein Wirtschaftswunder. Und wenn sie dann davon mehr Geld bekommen, dann ist das erwirtschaftetes Geld. Und nicht durch Umverteilung anderen weggenommenes Geld, die immer so die gewisse Tendenz haben, werden sich gegen dieses Wegnehmen des Geldes zu wehren. Und die haben Möglichkeiten, sich zu wehren, denn es gibt bei uns keine Mauer. Die können wir nicht einsperren, die können jederzeit weg. Und jedes Jahr verlassen sowieso, wenn ich mich nicht irre, 200.000 relativ hochqualifizierte Menschen Deutschland. Und wenn dann also zum Beispiel BMW Deutschland verlässt oder Mercedes oder VW, dann möchte ich mal sehen, wer dann noch einen gut bezahlten Arbeitsplatz hat. Wahrscheinlich niemanden mehr. Ja, und wir sind näher dran, denn zum Beispiel an Ihnen, die Gemeinwohlökonomie, die misst überhaupt nicht sozusagen, was mit Ihnen los ist, gesundheitlich. Ja, da werden alle möglichen Messgrößen gemessen. Es werden sogar Messgrößen eingefordert, die bedeuten, dass Geld von Deutschland ins Ausland fließt. Und dann werden die im Ausland reicher und Sie hier im Inland ärmer. Ja, aber nur die NextScientistsForFuture.de, nur diese Professoren sind an Ihnen dran und sagen, nur wenn etwas Ihre Gesundheit bewiesenermaßen fördert, dann gibt es dafür positive Anreize, Belohnungen aller Art sozusagen, Verdienstzuschüsse, was auch immer. Ja, ja, und nur wenn etwas Ihre Langlebigkeit, Ihre persönliche Langlebigkeit vergrößert, wenn Sie länger leben können, länger gesund leben und dann auch noch glücklicher, länger glücklicher gesund leben und dann auch noch reicher dabei werden, dann gibt es Belohnungen. Also, das heißt, die Reformkonzepte der NextScientistsForFuture sind ganz nah an Ihnen und Ihrem Leben dran. Und deswegen sollten sich auch die neuen Parteien, die Basis, wir 2020 und so weiter, sollten sich für intern, bei den internen Abstimmungen für die externen Reformer NextScientistsForFuture plädieren. Und eigentlich wäre das Wahlprogramm sogar mit einem Punkt schon geschrieben, indem er sagt, wir als Partei ziehen verschiedene externe Reformer zu allen Reformen in den Ministerien hinzu, vorrangig dabei die NextScientistsForFuture vom Weltrat. Dadurch sind wir sozusagen kompetenter als jede andere Partei und bitte wählen Sie uns deshalb. Und dann kann man natürlich noch mal so ein paar Details machen, wie, ja, die NextScientistsForFuture wollen unseren Hausarzt. Dann belohnen, wenn er uns hilft, dass wir möglichst zum Beispiel Krebs nie bekommen, nie bekommen können, weil er uns hilft, gesund uns zu ernähren, gesund Sport zu machen, gesund zu leben, gesund und glücklich zu leben und lange zu leben, ja. Und weil er dafür belohnt wird und für nichts anderes mehr, besonders nicht für den Abverkauf von Chemotherapien oder Impfungen oder ähnlichen Dingen, ja, sozusagen. Ja, die anderen Anbieter, alle, all die anderen externen Reformer, ja, egal ob Professor Hans-Werner Sinn oder die Wirtschaftsweisen oder Gemeinwohlökonomie oder wie sie auch alle heißen, die sind immer ziemlich weit weg von Ihnen. Was ändert zum Beispiel die Gemeinwohlbilanz an Ihrem Wohlfühlen? Erstmal gar nichts, ja, denn das sind alles ja nur Hoffnungen, ja. Wenn ein Betrieb eine hohe Gemeinwohlbilanz hat, dann bedeutet das, dass man hofft, dass er, weil er ja offiziell sogenannte Bio-Gemüse herstellt, dann ist damit die Hoffnung verbunden, dass das für Sie auch irgendwann zu einem größeren Wohlfühlen führen möge. Aber was ist, wenn diese Hoffnung ganz falsch ist, weil dieses Biozeug in Wirklichkeit vergiftet ist mit bestimmten biologisch oft auftauchenden Toxinen? Zum Beispiel bei Bio-Getreide kommt das öfters zu typischen Bio-Pilzerkrankungen, die dann dieses Getreide ganz voll machen mit Bio-Giften, die aber genauso giftig sind wie andere Gifte, ja. Und was ist, wenn Sie dann dadurch krank werden und nicht sich wohler fühlen, ja. Also davor schützt Sie die Gemeinwohlbilanz gar nicht, ja. Während wir einfach Ihr Wohlfühlen messen, Ihre Gesundheit messen, Ihr Wohlfühlen, zum Beispiel mit der Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, wodurch Sie zum Herrscher über die Welt werden. Schluck Wasser. Aber die Gemeinwohlbilanz macht das nicht. Sie ist nicht an Ihnen dran. Sie misst weder Ihre Gesundheit noch Ihre Langlebigkeit noch Ihr Wohlfühlen noch Ihren Reichtum. Sie misst nur irgendwelche Dinge, versucht nur irgendwelche Dinge abzuschätzen, die hoffentlich teilweise am Ende auch Ihnen Gutes tun mögen. Beispiel ist zum Beispiel auch die Gleichbezahlung von Mann und Frau. Es ist objektiv so, dass für jeden Unternehmer, für jeden Wirtschaftsbetrieb Frauen ein Risiko mit sich tragen. Das ist wie Risiko, schwanger zu werden und dann für den Unternehmer in der Gesamtsumme einen Verlust darzustellen. Dieses Risiko preist sozusagen den Unternehmer darin ein, indem er Frauen von vornherein einen gewissen Prozentsatz niedriger bezahlt als Männer, weil ja Männer seltener wegen Schwangerschaft ausfallen im Arbeitsleben. Jetzt sind aber die Next Scientists for Future der Meinung, dass wir das dadurch lösen sollten, dass die Frauen dann, wenn sie schon einen gewissen Prozentsatz geringer bezahlt werden vom Unternehmer, dass sie dann weniger Steuern abgezogen werden, bekommen sollten als Männer. Also Frauen sollten grundsätzlich viel niedrigere steuerliche und sonstige Abgaben bezahlen müssen, sodass dann sie am Ende das gleiche Gehalt bekommen wie die Männer. Denn das Risiko, dass die Frauen ausfallen, sollte der Staat bezahlen, sollten wir alle bezahlen, die wir ja auch davon profitieren, wenn eine fähige Karrierefrau zwei Kinder bekommt und damit zwei fähige Fachkräfte in die Welt setzt, zukünftige Fachkräfte in die Welt setzt und auch noch gut betreut und so weiter, dann sollten wir dafür, der Staat, die Steuerzahler, dafür die Kosten tragen und wir nicht versuchen, einem einzelnen Unternehmer die Kosten aufzuerlegen, denn der entwickelt daraus ja nur die Tendenz, Frauen rauszuekeln aus seinem Unternehmen, damit er diesen Kostenfaktor los wird. Also insofern, also da ist auch wieder die Gemeinwohlbilanz nicht nah an ihrem Wohlfühlen. Das führt doch zu viel mehr Wohlfühlen für Sie als Bürger und Wähler, für Sie als Wählerinnen und Wähler, wenn die Frauen grundsätzlich niedriger besteuert werden. Das führt doch zu Vorteilen. Und außerdem müssen natürlich auch für Frauen am Arbeitsplatz mit Baby muss ein regelrechtes Paradies geschaffen werden und das machen wir ja mit Details wie Kindersekretärin, Betriebskindergärten, die von Staats wegen finanziert werden, Zuschüsse an Unternehmer, damit sie auch wirklich begeistert von der Idee sind, stillende Frauen weiterhin zu beschäftigen in ihren Unternehmen und so weiter. Also wir schaffen ein Paradies für Frauen mit Babys, mit über Jahre hinweg zu stillenden Babys. Und dadurch schaffen wir sozusagen naturnähere Zustände. Denn in der Natur arbeiten die Frauen ja auch weiter und haben ständig ihr Baby am Körper. Und niemanden stört das. Und wenn die Kinder dann spielen wollen, dann gibt es ja die Kindersekretärin und die nimmt sie mit in den Betriebskindergarten und dann und so weiter. Und auch bei all diesen anderen Konzepten immer noch braucht man sie als konsumsüchtigen Unglücklichen. Sie müssen sich noch einmal klar sein. Eine der zentralen Erkenntnisse von Weltrat und Next Scientist for Future ist ja, dass unglückliche Menschen häufiger konsumsüchtig werden und dass dadurch sozusagen ein unbewusster, nicht bewusster Evolutionstrend in der Wirtschaft entstanden ist, dass bestimmte vorteilbringende Irrtümer sich ausgebreitet haben. Diese vorteilbringenden Irrtümer wirken auf sie als parasitäre Meme oder Killerviren des Geistes. Machen sie, steuern sie psychologisch, manipulieren sie in die falsche Richtung, steuern sie in ihr persönliches Unglück hinein und aus diesem persönlichen Unglück heraus werden sie konsumsüchtig, alkoholsüchtig, zigarettensüchtig, drogensüchtig, medikamentensüchtig, süßigkeitsüchtig und so weiter. Und das wird auch bei der bei der besten Gemeinwohl Bilanz wird genau das mit ihnen passieren, nämlich dass ihr Unglück weiterläuft. Denn auch die gemeinwohlbilanzierten Unternehmen sind auf konsumsüchtige, unglückliche Menschen angewiesen. Sie merken also, die Gemeinwohlökonomie ist ganz weit von ihrem Wohlfühlen weg. Die kümmert sich nämlich gar nicht um ihr Wohlfühlen und ihre Gesundheit, nicht wirklich, sondern kümmert sich um Werte und Einschätzungen, die sehr weit von ihrem Wohlfühlen, ihrer Gesundheit, ihrem Glücklichsein und ihrer Langlebigkeit faktisch entfernt sind. Die sind einfach zu weit weg von ihnen. Und das ist der Unterschied Next Scientist for Future dazu. Ja, also ich habe es ja schon eben gesagt, auch vor Giften bleiben sie zum Beispiel bei der Gemeinwohlökonomie ungeschützt, denn Bio kann alles und nichts bedeuten. Bio kann sogar bedeuten, dass sie mehr Gifte abbekommen. Ja, habe ich ja vorhin geschildert, typischerweise bestimmte Pilzgifte bei Getreide, bei Bio-Getreide. Liebe Wählerinnen und Wähler, liebe Wählerinnen und Wähler, was ist, wenn was Bio heißt, aber sie dennoch vergiftet? Ja, die GWÖ, die Gemeinwohlökonomie und die Gemeinwohlbilanz erfasst nur, ja, ja, das ist Bio. Aber sie erfasst nicht die tatsächliche Gesundheitswirkung auf ihren Körper. Das machen nur die Next Scientist for Future, indem sie Gesundheitsdaten erheben und dann eben gucken, aha, hier ist zum Beispiel ein Bio-Supermarkt und seine Kunden entwickeln sich typischerweise, entweder werden die sehr häufig kränklich und krank, weil da Gifte drin sind oder sie entwickeln sich besser als die Kunden, die typischerweise und mengenmäßig am meisten bei Rewe oder Aldi oder Lidl einkaufen. Und dann kriegen sie Informationen, wo man gesund einkaufen kann und gesünder einkaufen kann als woanders. Aber nur so, ja, und das kriegen sie nur über, wenn sie in ihren Parteien stimmen für, dafür, dass die Next Scientist for Future vom Weltrat ihre Haupt externen Reformer werden. Next Scientist for Future .de Ja, nochmal, sie sind herzlich eingeladen, nehmen sie an den Talkshows teil, dort findet die Demokratie statt, die entscheidend ist. Externe Reformer, externe Experten, externe Reformer, die über 50 Jahre Kompetenz mitbringen, die sie innerhalb einer neuen Partei niemals selbst erzeugen können. Sie können nicht 50 Jahre einfach so sagen, ich bin jetzt einfach mal so kompetent wie jemand, der 50 Jahre daran geforscht hat, wie man reformiert. Das geht einfach nicht. Das wäre eine Überschätzung, eine Selbstüberschätzung, unrealistische Selbstüberschätzung. Universitäts- und Bildungssparten. Ja, Sparten als Sozialparasiten. Das haben wir ja auch gestern schon gemacht, das müssen wir uns nochmal klar machen. Jede Sparte hat einen Anteil an sich, wo sie sich Gelder verschafft, indem sie als Sozialparasit oder Schmarotzer gegenüber allen anderen Sparten, also der gesamten Restgesellschaft, wirkt. Diesen Anteil gibt es quasi in jeder Sparte. Also, wenn die Pharmaindustrie zum Beispiel mit dazu beiträgt, dass die Menschen tablettensüchtig werden, dann ist das ein Schmarotzer-Anteil. Das heißt, die verdienen sich nicht über eine verdiente Leistung irgendwelche Gelder, sondern indem sie den Rest, den anderen Sparten der Gesellschaft, damit der gesamten Restgesellschaft Schaden zufügen und tablettensüchtiger erzeugen. Und das ist eine Form des Sozialparasitismus oder des Schmarotzertums. Und das haben wir leider bei jeder Sparte, bei den Sozialsparten, bei den Bildungssparten, bei den Universitätssparten, überall haben wir diesen Sozialparasitismus in Anteilen. Und den müssen wir rausdrängen, indem wir eben gucken, ob diese Sparten, die Vertreter dieser Sparten, nur noch dann Belohnungen erhalten, positive Anreize aller Art, zum Beispiel Verdienstzuschüsse erhalten und damit Wettbewerbsfähigkeit bleiben können, nur noch, wenn sie zu einer messbaren Steigerung des Wohlfühlens, der Gesundheit, der Langlebigkeit und des Reichtums von Ihnen als Wählerinnen sozusagen Sorgen, und zwar bewiesenermaßen. Wenn sie das nicht tun, gibt es keine Verdienstzuschüsse und diese Dinge gehen pleite und werden verschwinden im Wettbewerb. Entweder sie stellen sich um und lernen von den Next Scientists for Future und orientieren sich weg vom Sozialparasitismus oder sie gehen pleite. Viele versprechen ihnen Geld wie ja zum Beispiel die Ökonomie von Mankind, aber dass Geld allein nicht glücklich macht, macht keiner zum Thema, denn sie kriegen nicht automatisch mehr Wohlfühlen, wenn sie mehr Geld haben. Vielleicht saufen sie dann mehr Alkohol, trinken mehr Zigaretten, aber ob sie sich dann wohler fühlen? Sie werden ja dadurch immer noch kränker und Dr. Wodag war bei Ovalmedia, Ovalmedia wurde prompt gelöscht, der ganze Sender wurde gemäßt, Ovalmedia Deutsch ist verschwunden und damit auch die Sendung mit Dr. Wodag, wo er auch nochmal die Regionalbudgets angesprochen hat, also er als externer Reformer würde quasi für Regionalbudgets argumentieren, dem würden wir an einem Punkt widersprechen, das hat einen großen Nachteil, was ist dann, dann haben sie ein Regionalbudget und haben dann einige Ärzte drunter, die regelrecht faul sind, die möglichst wenig tun wollen und die müssen sie mitschleifen dann, also sozusagen, sie haben ja keine Möglichkeit sozusagen solche faulen Ärzte rauszuschließen, auch von der Bezahlung und sie können ja auch schlecht errechnen, dass diese Ärzte dann weniger Geld bekommen, weil sie faul sind. Also das sind alles so Nachteile in diesen Konzepten, die dann wieder zu Minderleistung führen, sodass sie als Wähler wieder eine schlechtere Gesundheitsversorgung dadurch bekommen würden. Also deswegen sind uns die Modelle lieber, dass jeder Einzelne, der im Gesundheitswesen tätig ist, auch wenn er in einem Team arbeitet, dass wir Hausarzt-Ersatzpraxen, die ja in Zukunft jeder aufmachen darf, der genügend Kundschaft hat und sich das zutraut, den bringen wir dann bei, wie sie zum Beispiel die interne, teaminterne Leistungsmessung gestalten können, das ist dann wie bei jedem anderen Unternehmen auch, indem nämlich dann die Hausärzte- und Hausarzt-Ersatzpraxisleiter, zum Beispiel ein Pflegeheimleiter, ist ja dann ein Pflegeheim, ein Altenpflegeheim wird ja dann auch als eine Hausarzt-Ersatzpraxis verstanden, die schwerkranke Menschen in weniger kranke Menschen verwandeln soll, sozusagen, ja, und dafür bringen wir denen dann bei, wie muss man Vergleichbarkeiten schaffen, wie muss man sozusagen die Möglichkeit schaffen, intern in einem Alten- und Pflegeheim Leistungsranglisten zu schaffen, sodass jeder Mitarbeiter weiß, wo er steht mit seiner Leistung und dann entsprechend belohnt wird und so weiter, ja. Ja, also, liebe Wähler, bitte bewerben Sie sich jetzt sofort, rufen Sie an bei nextscientists for future.de, schicken Sie eine E-Mail mit der Telefonnummer, kriegen Sie einen Rückruf und dann werden Ihre E-Mail-Adressen weitergeleitet an diesen, die Redaktion dieses neuen, dieses neuen Markus-Lanz Talkshow-Formates sozusagen und dann werden Sie da eingeladen und werden dann vom Moderator entsprechend befragt, wie diese verschiedenen externen Reformer auf Sie wirken. Also Dr. Wodag müssen Sie auch als einen externen Reformer verstehen, denn mit seiner Empfehlung der Regionalbudgets macht er ja konkrete Gesundheitsreform-Vorschläge. und den sollte man eben mit berücksichtigen. Ja, das war es schon wieder mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute, liebe Wähler. Ja, ich hoffe, Sie werden das Richtige wählen. Ja, Tschüssi, bis bald. Winter. Bis bald.